In dieser Anleitung informieren wir Sie, wie Sie auf der Website von Ultima Business eine Auszahlung in Win-Tokens vornehmen können. Bitte beachten Sie, dass Ihre Wallet für Transaktionen aktiviert sein muss. Zur Aktivierung benötigen Sie Smart Coins auf Ihrem Guthaben. Der Mindestbetrag für die Aktivierung ist ein Smart. Sie können auf folgende Weise Smart Tokens bekommen. Jemanden bitten Sie, Ihnen zu schicken, an einer Börse kaufen und an Ihre Wallet senden. Durch das Swapping anderer Coins. Melden Sie sich bei Ihrem Ultima Business Benutzerkonto an. Wählen Sie in Ihrem persönlichen Benutzerkonto im linken Menü den Abschnitt Payouts. Auf der sich öffnenden Seite werden Sie aufgefordert, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Sie ist notwendig, um eine Auszahlung durchzuführen. Nachdem Sie Google 2FA eingerichtet haben, wählen Sie im Abschnitt Payouts das Guthaben aus, von dem Sie Tokens abheben möchten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Next Step. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Tokenanzahl, die Sie abheben möchten, und die Adresse Ihrer Wallet angeben müssen. Die Adresse kann im Smart Wallet kopiert werden. Geben Sie die Anzahl der abzuhebenden Tokens an, fügen Sie die kopierte Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode eingeben müssen. Öffnen Sie die Anwendung Google Authenticator und kopieren Sie den in der Anwendung erhaltenen Code in das entsprechende Feld. Wenn Sie alles korrekt durchgeführt haben, sehen Sie die Nachricht, dass Ihre Anfrage zum Abheben von Tokens erstellt wurde. Fertig. Sie haben eine Auszahlung von Win-Tokens vorgenommen. Informationen zu allen Auszahlungen, das heißt Datum, Adresse der Wallet, an die die Tokens gesendet wurden, Betrag, Status, Transaktions-ID und Hash sind im Abschnitt Transactions, Payout verfügbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit.